Vor Monaten wurde es angekündigt, jetzt steht es endlich bei uns im Laden. Die Rede ist vom Rotwild RX1000, dem All-Mountainbike Reichweitenwunder mit Piniongetriebe, Monster-Akku und Carbon-Chassis. Was es kann, was es kostet und was du über dieses Bike wissen musst, alles nach dem Intro. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Flightjack hier auf dem YouTube-Kanal von WhatsApp in Oberhausen. Deinem Ansprechpartner Nummer 1 für alles rund ums Mountainbike, E-Mountainbike und Gravelbike. Besuch uns in Oberhausen, Kirchhelner Straße 309 oder auf unserer neuen Website unter whatsapp.bike. Das Wort Game Changer ist mindestens so ausgenudelt wie eine E-Bike-Kette nach einer guten Sommersaison und wir nutzen es auch wirklich, wirklich nicht gerne. Aber was Rotwild hier gemeinsam mit Pinion auf die Beine gestellt hat, könnte tatsächlich der oft beschriene Game Changer sein. Gehen wir mal ins Detail. Wer genau hinschaut, dem wird das Frameset des Bikes bekannt vorkommen, denn Rotwild hat hier große Teile des Vollcarbonrahmens vom RX750 übernommen. Wuchtig und potent steht es da, unaufhaltsam und stimmig. Mit gewohnt guter Rotwildverarbeitung in Rotwildqualität. Aber leicht ist das Bike nicht. Unser Modell bringt in Rahmengröße XL immerhin noch 25,25 Kilo auf die Waage. Aber sind wir ehrlich, die Technik entschädigt für alles. Die Geometrie des RX1000 ist entspannt und absolut tourentauglich. Denn alles an diesem Bike ist für lange Tage im Sattel ausgelegt. Der Längdwinkel liegt hier bei 66 Grad und 74 Grad Schlagen beim Sitzwinkel zu Buche. Dazu kommt noch ein verlängerter Reach, was am Ende für eine kompakte Geometrie mit viel Bewegungsfreiheit sorgt. Ruppige Abfahrten gehen auch mal klar, aber ganz Old Mountain Style fühlt sich das RX1000 immer dann besonders wohl, wenn es flowig daher geht oder halt bergauf. Das Cockpit ist dabei aufgeräumt und clean. 780 mm breit ist der Rotwild Alulenker. Ein Rotwild S 140 V-Bau hält ihn fest. Ergon GDC Slimgriffe, Spendiengrip und Kontrolle und der Pinion TE1 Schalthebel, wie auch das Pinion RD1.2 Display sind unaufträglich positioniert. Kommen wir aber nun zum eigentlichen Highlight des RX1000, dem angekündigten Game Changer. Denn das RX1000 hat keinen normalen Antrieb wie jedes andere E-Bike. Es verfügt über eine Pinion Motor Gearbox Unit, kurz MGU. Diese MGU ist eine Einheit aus Motor mit integrierter Getriebeschaltung und das, liebe WhatsApp-Family, ist revolutionär. Natürlich sind die Pinion Getriebe in der Szene schon lange bekannt, aber nach 5 Jahren Entwicklung steckt diese E-Motor Getriebekombi nun serienreif bei ausgewählten Bikes im Rahmen. Aber was bedeutet das nun? Ganz einfach. Weniger Verschleiß, weil du kein Schaltwerk und keine Kassette im eigentlichen Sinne hast. Weniger Defekte, weil du kein Schaltwerk und kein Ritzelpaket am Hinterrad hast. Geschmeidige Gangwechsel unter Volllast, wie du sie sonst nur von der SRAM Transmission kennst. Ölwechsel alle 10.000 Kilometer und in Zukunft vielleicht auch automatische Gangwechsel dank dem integrierten Getriebe. Wenn ihr Lust habt, liebe WhatsApp-Family, können wir euch ja gerne mal ein separates Video zum Antrieb machen. Schreibt uns das dann gerne mal in die Kommentare, wir nehmen das gerne auf und schauen, was möglich ist. Wir reißen die Technik mal kurz an, um hier nicht den Rahmen zu sprengen. Im Magnesiumhäuse verstecken sich zwei hintereinander geschaltete Getriebesätze, die drei und vier Gänge liefern. Zwölf Gänge stehen dir somit insgesamt zur Verfügung, welche bequem über eine kleine Lenkerremote gesteuert werden können. Das alles findet ausschließlich in dieser Motorgetriebebox statt und ist wirklich faszinierend, weil es ausgezeichnet funktioniert. Wink tut die Antriebseinheit 4.112 Gramm und der Motor liefert dabei 85 Newtonmeter Drehmoment. Damit ist er gut im Konkurrenzkampf gegen Porsche und Shimano aufgestellt. Die Leistung, die er anbietet, liegt bei 600 Watt. Wie erwähnt, stehen 12 Gänge zur Verfügung und der Antrieb bringt eine Bandbreite von 600% mit. Mehr Details stellen wir dir in den nächsten Tagen in unserem Abscine-Blog auf unserer Website whatsapp.bike zur Verfügung. Schaut da gerne mal rein, wir geben uns reichlich Mühe für euch. Doch als wäre der revolutionäre Antrieb noch nicht genug, setzt Rotwild noch einen drauf und spendiert seinem RX 1000 einen 960 Wattstunden starken Akku. 960 Wattstunden, liebe WhatsApp-Family, bringt dich eigentlich überall hin. 4,7 Kilo wiegt der Akku, aber könnt ihr euch vorstellen, was ihr mit diesem Bike für Touren fahren könnt? Die Eckdaten dieses Bikes läuten eine neue E-Bike-Klasse ein, die 2000 Höhenmeter-Klasse. Der Akku ist im Unterrohr des Bikes angeflanscht und lässt sich problemlos entnehmen. Gesichert wird er mit einem Abus-Schloss, was wir sehr gut finden. Mit den passenden Schlüsseln entsperrt man den Akku und er klappt entspannt nach vorne und kann dann extern geladen werden. Daumen hoch dafür. Auch erwähnen möchten wir die vier Unterstützungsstufen Eco, Flow, Flex und Fly, welche individuell über eine App anpassbar sind. Das, liebe Freunde, ist ganz stark. Machen wir mal weiter mit ein paar herklämmlichen Eckdaten zum Bike. DT Swiss H1902-Laufräder sind verbaut, vorne in 29 Zoll und hinten in 27,5 Zoll. Ein Mixed-Wheel-Bike also. Als Reifen kommt vorne Schwalbe Magic Mary in 29 x 2,4 Zoll und hinten Schwalbe Hans Dampf in 27,5 x 2,6 Zoll daher. Als Fahrwerk ist eine Fox 36 Float Performance Gabel mit 150 mm Federweg und Grip-Kartusche verbaut. Ebenso wie ein Fox Float X Performance Dämpfer. Das Fahrwerk unterstreicht den gutmütigen Tourcharakter des Bikes und kann auch auf langen Streckenlössern angenehmes Fahrverhalten überzeugen. In der Ultra-Variante des Bikes gibt es dann hier Factory Action pur. Factory Gabel, Factory Dämpfer mit Kashima Coating und mehr Einstellungsmöglichkeiten für ruppiges Gelände. Eine Magura MT5 Bremse mit den passenden 203 mm Scheiben vorne und hinten bringt das Bike zuverlässig zum Stehen. Die Bremse könnte unserer Meinung gerne etwas größer ausfallen. Zwar packt die MT5 richtig stark und auch die Bremsleistung ist nach langen Abfahrten noch sehr zuverlässig, aber der Markt bietet halt mehr und dem Bike würde es auch besser zu Gesicht stehen. Beim Thema Sattel und Sattelstütze macht Rotwild wieder Rotwild Sachen. Eine Crane Brothers Highline Sattelstütze ist im Rahmen eingelassen und macht einen ausgezeichneten Job. Unser XL Bike hat 150 mm Hub, was auf dem Trail für anständig Platz und Termin sorgt. Der Ergon SM Sportsattel ist ebenfalls sehr gut gewählt. Auf langen Touren ist er ein unaufsinniger Partner mit anständigem Seitenhalter, auch beim Appel und komfortablen Sitzeigenschaften auf langen Touren. Alternativen dazu haben wir bei uns im Laden hängen. Sprich uns gerne an, denn wir führen auch eine kostenlose Ökonomieberatung durch. Abschließend wieder unser Fazit. Das RX1000 ist ein rundum sorglos All-Mountain-Bike mit einem unglaublich großen Akku und einem revolutionären Antrieb, der das Zeug für eine Zeitenwende hat. Wartungsarm, leistungsstark, tourentauglich, Sky is the limit, liebe WhatsApp-Family. Die Bikes, die wir bestellt haben, gingen jedenfalls leck wie warme Semmeln. Wenn du auch Interesse an dem Bike hast, dann sprich uns einfach an. Wir machen Dinge möglich und träume wahr. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Euer WhatsApp.BikeTeam Wir sehen uns nächste Woche. Wir sehen uns nächste Woche.